Tradition wird bei Hanwag groß geschrieben. Seit über 100 Jahren produzieren wir Zwiegenähte Stiefel von höchster Qualität. Beim Zwiegenähen wird der Schuhschaft mit zwei Nähten mit der Sohleneinheit verbunden. Mit der ersten oberen Naht wird der Schaft mit der Lippe der Brandsohle vernäht. Mit der zweiten Naht wird der Rahmen, das ist das umlaufende Lederband in der Zwickfalte, mit der Sohleneinheit vernäht. Für die Stabilität zwischen Rück- und Mittelfuß sorgt dieses kleine Holzgelenk hier. Dadurch behält der Stiefel auch langfristig seine Form. Das Zwiegenähen ist eine sehr alte, aber unglaublich langlebige Machart, die nur noch von wenigen Herstellern beherrscht wird. Die limitierten, halbhohen Jubiläumsstiefel Hans 100 und Wagner 100 sind ein Hommage an unseren Gründer Hans Wagner und an historische Bergstiefel. Mit einem großen Unterschied. Sie sind weder schwer noch steif, sondern leicht und unfassbar bequem. Kurz gesagt, die Kombination von 100 Jahren Schustererfahrung und moderner Optik. Neben einem speziellen 100 Jahre Logo wird die individuelle Seriennummer der limitierten Edition hinten an der Ferse zu finden sein. Die zwei Alltagstiefel laufen auf einer äußerst komfortablen Vibram V-Lightsohle, die durch ein sehr gutes Abrollverhalten hervorsticht. Das Innenleder und die Einlegesohle sind aus chromfrei gegerbten Leder gefertigt. Neben der Sohlenfarbe gibt es noch einige weitere Unterschiede. Der Hans 100 ist ein Mix aus strapazierfähigen TerraCare Nabenleder und hochwertigem Textilmaterial in Kottenoptik. Der Wagner 100 ist komplett aus Nabenleder gefertigt mit einem weichen Abschluss aus Nubukleder. Beide Modelle sind limitiert und kommen in einer schönen Verpackung mit einem hochwertigen Schubpflegeset. Den Wagner 100 gibt es als Herren- und Damenmodell. Der Hans 100 wird exklusiv über einen Herrenleisten geschustert. Im Hans und im Wagner stecken nicht nur 100 Jahre Schuster-Erfahrung, sondern 100% Hanwag-DNA. Zeitlose Klassiker und wie alle Zwiegenähten von Hanwag wieder besolber und made in Germany.